Wenn man Gefahr, Kälte, Extreme und Drama in einem Wort zusammenfassen möchte, dann muss man nicht in den Duden schauen. Dann schaut man am besten nach Grindelwald. Denn hier steht ein Berg, der in den Alpen wohl die spannendste Geschichte hat. Der Eiger. Der Eiger. Ein Berg, der mir nun schon einige Male vorgeschlagen wurde. Denn zugegeben, den meisten von euch wird er wohl ein Begriff sein. Doch dennoch für die wenigen, die den Eiger vielleicht nicht ganz einordnen können, hier eine kurze geografische Zusammenfassung. Der Eiger ist mit 3967 Metern Höhe. In der Schweiz eigentlich das Mittelmaß, wenn man ins Hochgebirge schaut. Er liegt in den Berner Alpen im Kanton Bern. Während er rein von der Höhe, verglichen mit dem naheliegenden Wallis, unscheinbar sein würde. Hätte er da nicht seine eigene, ganz besondere Steine Wand. Die Nordwand des Eigers. Doch dazu kommen wir gleich nochmal. Der Eiger ist Teil des Dreigestirns Eiger Mönch und Jungfrau. Allesamt berühmte und teils auch berüchtigte Berge unter den einfachen Bergsteigern. Warum der Eiger Eiger heißt, das ist nicht ganz klar. Doch die Ideen dahinter sind spannend. Zum einen die Möglichkeit, dass der Name vom ersten Siedler, der sich unter dem Eiger angesiedelt haben soll, abstammt. Der hieß nämlich Eiger, mit A geschrieben. Die andere Theorie ist aber ebenso nett. Nämlich, dass der Eiger nach dem lateinischen Wort Aza, also dem Wort Schaf oder Spitz, benannt wurde. Die mit Abstand kinderunfreundlichste Geschichte ist die Idee des Ogres, wonach ein Oger die Pranken auf die Jungfrau legen wollte und nur der Mönch ihn daran hindern konnte. All diese Geschichten sind ganz spannend, aber die klare Herkunft, die kann leider nicht geklärt werden. Noch spannender aber sind die Geschichten, die geklärt wurden. Die, die man belegen kann. Nämlich die Geschichten der Besteigungen. Denn erst bestiegen wurde der Ärger bereits vor einer halben Ewigkeit. Schon 1858 gelang die Erstbesteigung des Eigers durch die Bergführer Christian Alma und Peter Bohren sogar mit einem Gast im Schlepptau. Ihr Weg war die Westflanke und damit auch der heutige Normalweg. Ja, das war's auch schon. Keine spannende Geschichte dazu. Denn tatsächlich, so ungern man es glauben mag, der Eiger ist kein extrem schwer zu besteigender Berg. Zumindest, wenn man ihn mit den anderen hohen und berühmten Bergen der Umgebung vergleichen möchte. 1600 Höhenmeter gilt es zu überwinden und dabei sind Kletterstellen im zweiten Grad zu stemmen. Aber selbst die deutlich weniger berühmte Jungfrau nahe dem Eiger ist hier anspruchsvoller. Aber, um euch nicht länger auf die Folter zu spannen, der Normalweg ist auch nicht der Grund für die Bekanntheit. Da wäre zum einen mal der Nordostgrad, der sogenannte Mittellegigrad. Nach erfolglosen Versuchen 1874 und 1880 schafften es 1885 Seilschaften erstmals bis zum sogenannten Großen Turm. Einen Teilerfolg des Mittellegigrads quasi. Erst 1921 gelang tatsächlich die komplette Besteigung. Auch hier gilt es zu erwähnen, die Besteigungen waren stets Bergführer- und Gastkombination. Es war selten das klassische Entdecker-Duo unterwegs, das dringend eine Erstbesteigung erreichen wollte, wie man es aus manchen Berggebieten der Ostalpen oder aus dem Himalaya kennt. So auch bei der Eiger Nordostwand. 1932 standen auch hier zwei Bergführer und zwei gute Bergsteiger als Gäste, unter anderem Hans Lauper auf dem Gipfel. Er wird später mit den Worten, die Ersteigung der letzten der drei Nordwände des weltberühmten Dreigestirns Jungfrau Eiger Mönch war geglückt. Alexander Graven und sein Lehrmeister Josef Knubel hatten uns den ganzen Tag mit einer hinreißenden Begeisterung, die jeweils mit der Schwierigkeit der Tour zu wachsen scheint und mit ritterlicher Rücksicht geführt und geleitet. Doch war es wirklich die Durchsteigung der letzten großen Nordwand? Denn die direkte Variante wurde zu ihrer Zeit nicht gewählt, da sie schlichtweg unmöglich schien. Und auch ihre Route durch die Nordostwand war schon äußerst schwer, mit Kletterstellen im fünften Grad und Eisfeldern mit 55 Grad Neigung. Doch die Nordwand, wie man sie kennt, wurde erstmals 1935 versucht. Max Sedlmayr und Karl Mehringer, zwei Münchner, versuchten am 21. August eine Route durch die Nordwand zu finden. Dabei hatten sie immer wieder mit schlechtem Wetter zu kämpfen. Durch die schlechte Sicht und immer wiederkehrenden Schneefall waren Biwaks unter unerträglichen Umständen die Folge. Unterstützung aus Deutschland rückte an, um die beiden Bergsteiger im Zweifelsfall auch retten und unterstützen zu können. Denn kaum etwas verlief hier nach Plan. Das merkte das Unterstützung der Team vor allem nach ihrer Ankunft und gefundenem Material, das zeigte, dass die beiden Bergsteiger lediglich drei Tage für die Wand brauchen wollten. So suchte die Truppe die Wand immer wieder nach den beiden Bergsteigern ab, jedoch erfolglos. Am 2. September 1935 reiste das Team wieder ab, nachdem die Vermissten 13 Tage lang in der Wand und seit mehreren Tagen nicht mehr zu sehen waren. Die beiden Bergsteiger galten ab diesem Zeitpunkt als verstorben, wobei diese Annahme kurz darauf durch den teilweisen Fund der Bergsteiger auch bestätigt wurde. Ein Jahr später sollte die Eiger-Nordwand erneut bestiegen werden. Oder wie man sie nach der Tragödie im Vorjahr nannte, die Eiger-Mordwand. Tony Kurz und Andal Hinterstoesser aus Deutschland und Willi Angerer und Eduard Reiner aus Österreich waren mit großer Aussicht auf Erfolg vor Ort. Dabei waren beide Seilschaften, auch wenn sie im Konkurrenzkampf standen, sehr effizient unterwegs und schafften bereits am ersten Tag die Hälfte der kompletten Wand. Doch hier sollte das Drama rund um die Eiger-Nordwand erst beginnen. An Tag 2 wurde das Tempo langsamer, viel langsamer. Durch einen Schlechtwettereinbruch mussten die Beobachtungen der vier Bergsteiger unterbrochen werden. Am frühen Morgen des Folgetags stellte sich jedoch heraus, sie haben am Vortag kaum Meter gemacht. Niemand wusste, was los war. Erkannt hatte man lediglich, dass Willi Angerer wohl verletzt sein musste. Ein Bergsteiger allein machte sich auf, um einen Abstiegsweg zu finden. Die anderen beiden kümmerten sich um Willi Angerer als Nachtzügler. Sie wollten also eigentlich umkehren. Doch dann, als die Hilfe durch diverse Bergführer über ein Stollenloch nahte, war die Tragödie bereits geschrieben. Doch wussten es die Retter und die unzähligen Beobachter im Tal noch nicht. Rainer, Hinterstäuser und Angerer waren am Tag der Rettung bei Schlechtwetter nicht zu sehen. Nur Toni Kurz lag auf einem Felsvorsprung und hatte Rufkontakt zu den rettenden Bergführern nahe des Eigerstolls. Was war mit den anderen passiert? Darüber lässt sich nur spekulieren. Doch anhand der Berichte wurden sie vermutlich von einer Lawine erfasst. Dabei stürzte Rainer ab, schlug auf einen Fels auf und erlag sofort seinen Verletzungen. Hinterstäusers Seil riss vollständig und stürzte bis an den Wandfuß ab. Und Willi Angerer wurde von seinem eigenen Seil umschlungen und stranguliert. Toni Kurz jedoch war noch am Leben. Er hat mit Erfrierungen und starker Erschöpfung versucht, mit Hilfe der Bergretter zu einer sichereren Position zu kommen. In seinem letzten Atemzug, wenige Meter vor den Rettern. Als er sich abseilen sollte, verstarb er jedoch an Erschöpfung im hängenden Seil. Wenn ihr mehr zum Drama um die Eiger-Nordwand wissen wollt, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ich mach gern, wenn gewünscht, ein komplett eigenes Video um die Dramen der Eiger-Nordwand und die ganze Geschichte von Toni Kurz und Co. Es ist tatsächlich unglaublich. Nach diesen Geschehnissen geriet die Eiger-Nordwand massiv in Verruf. Verständlich. Sie galt als zu gefährlich, um sie zu beklettern. Und viele Jahre sollte es noch dauern, bis sie ihren Ruf als Mordwand verlieren sollte. 1938 wurde sie letztlich durch Andal Heckmeyer und Partner durchstiegen. Der heutige gängige Weg durch die Nordwand heißt daher auch Heckmeyer-Route. Der Eiger gilt somit als ein Berg der Dramen. Über 69 Menschen kamen bis heute am Eiger ums Leben. Nicht viel möchte man meinen, aber für einen Berg, der über den Normalweg relativ sicher ist, eine große Zahl. Spannend am Eiger ist auch, dass Schweizer den Eiger auch infrastrukturell zu nutzen mussten. Und das schon 1892. Denn seither wurde eine Art Zug geplant, welcher auf das Jungfraujoch führt und tatsächlich mit mehreren Stationen mitten durch den Eiger. Dabei gibt es auch die Möglichkeit, die Stollenlöcher von damals zu besichtigen und somit auch den Ausgangspunkt für viele Rettungsaktionen vergangener Zeiten aus der Nordwand zu sehen. Der Eiger ist ein Berg mit Geschichten, die viele Spiegelfilme, Dokumentationen und Bücher füllen. Und ich kann mit der verfügbaren Zeit hier gerade mal an der Oberfläche der Eiger Geschichten kratzen und vermutlich nicht mal das. Wie gesagt, wenn ihr ein eigenes Video mit allen Geschichten und Details zur Eiger-Nordwand haben wollt, schreibt das gerne in die Kommentare. Denkt auch daran, dass gerade die Serie Berge im Portrait immer mit äußerst viel Aufwand verbunden ist und daher auch eure Unterstützung wirklich wichtig ist. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil.